Musik Zu lange stand Anonymous mit dem Rest der Welt, und zwar verzweifelt den barbarischen, brutalen und verabschauungswürdigen Umgang mit dem palästinensischen Volk in den sogenannten besetzten Gebieten der Israel Defense Force zu. Oder wie manche es nennen, das größte Open-Air-Gefängnis der Welt. Und wie so viele Menschen ruhen um den Logos, haben wir uns im Angesicht solcher unabhängigen Unmenschlichkeit hilflos gefühlt. Der wahnsinnige Angriff und die anschließend drohende Invasion von Gaza war schlimmer als täglicher Terror, den die Welt je gesehen hat. Die Regierung von Israel drohte öffentlich, das Internet und andere Telekommunikationsmedien abzuschalten. In der Regierung Israels Willen stellen wir ihnen diese Erinnerung nur einmal. Schalten sie das Internet in den besetzten Gebieten nicht ab und unterlassen sie ihrem Terror auf die unschuldigen Menschen in Palästina, oder sie werden den vollen und unbezügelten Zorn von Anonymous kennenlernen. Und wie alle anderen bösen Regierungen, die unserer Wut konfrontiert waren, werden sie nicht zu Unkönlichkeit verheben. Menschen in Gaza, wir stehen mit euch in diesem Fach. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um den Terror, den der EDF gegen euch verwendet hat, zu verhindern. Wir werden alle unsere Ressourcen verwenden, um richtig sicherzustellen, dass sie mit dem Internet in Verbindung bleiben, weiterhin in der Lage sind, unsere Erfahrungen mit der Welt zu zahlen. Als Staat haben wir zusammen die Anonymous Gaza Care Package erstellt, die euch helfen kann, falls die israelische Regierung ihre Drohung, die Internetverbindung zu trennen, wahrzumachen versucht. Es enthält auch nützliche Informationen über die Überwachung des EDFs und einige grundlegende RTL-Infos und andere nützliche Informationen. Wir werden auch weiterhin in den nächsten Tagen dieses Dokument ausbauen und verbessern und wir werden es mit allen Mitteln an sie weitergeben. Wir empfehlen euch, dieses Papier darunterzuladen. Wir werden mit euch sein. Wir sind Anonymous. Wir sind viele. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. An die Untertrüger des unschuldigen palästinensischen Volkes. Es ist zu spät, uns zu erwarten. Wir haben eine Untertrüger des unschuldigen palästin. Ich bin ein bisschen dafür.